Meine lieben Abenteurer, willkommen in der Abyss Arena, wo nur die besten, stärksten, talentiertesten und klügsten Abenteurer siegreich sein werden. Tretet an in einem 1 gegen 1 PvP Turnier aus alten Tagen, welches durch die Götter ins Leben gerufen wurde und euch und euren Teams alles abverlangen wird. Ihr müsst den Abyss 12 abschließen, bevor euer Gegner es tut, um in die nächste Runde zu kommen. In der ersten Runde sind alle Charaktere erlaubt, zeigt also was eure Teams drauf haben. Ab der zweiten Runde darf nur noch ein einzelner 5 Sterne Charakter pro Raum aufgestellt werden, also maximal 2 von 8 Charaktere sind 5 Sterne Charaktere. Es sind alle Waffen erlaubt. Beide Kontrahenten starten gleichzeitig und kämpfen zur selben Zeit. Und wer als erster den letzten Raum der Ebene abschließt, gewinnt. Um die maximal mögliche technische Fairness zu gewährleisten, sind nur PC-Spieler qualifiziert, um an der Abyss Arena teilzunehmen, da diese über Discord übertragen werden muss. Alle Teilnehmer brauchen somit ein Mikrofon, da wir uns während des Runs im Voice befinden und müssen während ihres Runs ihren Bildschirm übertragen. Es sind nur Teilnehmer zugelassen, die den aktuellen Abyss 12 freigeschaltet haben und somit direkt betreten können. Es ist ein High-End-Game-Turnier, welches euch Abwechslung vom alltäglichen Genshin-Trott bieten soll. Achtet nicht auf euren Gegner, ob dieser Konstellation Waffen oder Charaktere hat, die ihr nicht habt. Zeigt, dass ihr dennoch siegen könnt durch reinen Skill. Auf den Gewinn erwartet Ruhm und Ehre, sowohl eine Gabe der Götter. Viel Glück, liebe Abenteurer. Ihr werdet es brauchen, wenn ihr gegen euresgleichen antretet. Bis zum nächsten Mal.